Vom 15. bis 17. März 2019 hat in Graz die Auto-E-Motion stattgefunden. Ursprünglich als Auto- und Motorradmesse konzipiert sind heute auch ATVs, Quads, Side-by-Sides und Dreiräder mit dabei. Allradhorn präsentierte Kenim, Scotchnick war mit CFMoto, Online, Polaris und TGB mit dabei. Und die Fahrzeuge kamen richtig gut an. Wie gefällt es dir denn hier in Graz? Schön. Großes Interesse, viele Leute, sehr viel interessierte Kundschaft und vor allem sehr viele erstaunte Gesichter über diese schönen Neuigkeiten dabei kennen. Also alles wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank.